Im Workshop in der Ausbildung haben wir die verschiedenen Grundelemente, wir haben fünf verschiedene Grundelemente vom Moveto gecoacht, das heißt über die Entspannungstechniken, über die Koordinationstechniken, über die Ausbildung an sich im Marketing für die Präventionskurse, Krafttraining, Kraftausdauertraining wurden geschult. Wir haben wunderschöne Momente erlebt, Outdoor, in den Wäldern, warum immer nur im Studio trainieren, geht doch mal raus, trainiert draußen, habt Spaß draußen. Wir haben die Grundlagen des Krafttrainings, wir haben die Grundlagen von Yoga, Tai Chi, Entspannungstechniken angerissen. Wenn ihr mehr wissen wollt, meldet euch gerne, wir bieten Workshops in verschiedenen Grundtechniken an, sei es Yoga, sei es Tai Chi, meldet euch einfach, habt Spaß mit Moveto, weil es euch gut tut. Wenn ihr euch fragt, für wen ist Moveto geeignet, für jedermann, wir haben verschiedene Level über Nordish Walking kombiniert mit Tubes, Entspannungstraining, über Lauftechniken, über Indoor, wir holen euch da ab, wo ihr seid und egal ob ihr als Neueinsteiger da seid, als Wiedereinsteiger oder als Profi, Moveto tut euch einfach gut.